Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute eine Mod-Menü zeigen. Was heißt Mod-Menü? Rheintorritisch bieten die ziemlich viele Spiele an. The Forest, The Hunter, Dying Light und so weiter und so fort. Ihr könnt auch hier oben euch ein Spiel raussuchen. Wenn ihr jetzt hier auf meine Spiele geht, dort seht ihr dann, für was es dann alles ein Mod-Menü gibt. Ich möchte euch aber heute Hogwarts Legacy Mod-Menü vorstellen, denn ihr könnt hier sehr, sehr viele Sachen machen. Ihr seht es auch hier schon. Wir können hier mal durchscrollen. Und das alles gibt es hier. Ich meine, das Spiel ist relativ frisch. Es kommt auch wirklich jedes Mal was dazu. Zum Beispiel ist hier neu dazu gekommen, die Talentpunkte, dass man die bearbeiten kann, konnte man vorher nicht. Jetzt geht es aber. Das Mod-Menü kostet monatlich 6,99 Euro. Und ihr habt dann eine In-App-Steuerung, ihr habt eine Remote-Mobile-App, mit der könnt ihr praktisch im Game dann das Zeug aktivieren und deaktivieren. Ist eigentlich ganz cool für Leute, die keine zwei Bildschirme haben. Dann gibt es ein In-Game-Overlay. Mods könnt ihr natürlich speichern. Game Boosting. Ja, lass ich mal so stehen. Keine Ahnung. Exklusiv Themes sind halt andere Farben. Besondere Rolle in Discord. Bin ich mal auf deren Discord. Priorität Support. Und Mod-Ideen kann man vorschlagen. Finde ich sogar echt ganz cool. Und ja, warum empfehle ich euch das jetzt, obwohl es Geld kostet? Naja, ganz einfach, weil ihr halt so viele App-Unterstützung habt oder so viele Spiel-Unterstützung. Wir können hier oben mal suchen und da kriegt ihr zum Beispiel schon angezeigt, Hogwarts Legacy. Moment. Dann Call of Duty, Black Ops 3, Chuchu Charles zum Beispiel auch, No Man's Sky, PC-Build-Simulator und so weiter und so fort. Es gibt so viele Spiele und deswegen empfehle ich auch dieses Mod-Menü, weil es immer aktuell ist. Ihr habt einen richtigen Launcher in dem Sinn. Und ja, wie gesagt, die Mod-Menü-App habe ich auch. Wenn ihr jetzt spielen wollt, könnt ihr hier oben auf Spielen drücken. Wenn es nicht so ist, wie bei mir auch, dass das Spiel nicht startet, dann müsst ihr in diesem Dropdown einfach einmal den Pfad hinzufügen. Reintäusch, könnt ihr auch noch mehr machen. Und zwar macht ihr das ganz einfach. Ihr geht einmal bei Steam rein, macht Rechtsklick auf Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy Eigenschaften. Lokale Daten durchsuchen. Und dann kriegt ihr hier dieses Ding. Und wenn ihr jetzt hier oben auf die Liste drückt, Steuerung C und dann hier drüben einfügt und dann die Echse auswählt von Hogwarts Legacy, dann funktioniert es auch, wenn ihr Spiel starten drückt. Und wir können jetzt einfach mal hier oben auf Spielen drücken. So Leute, ich bin jetzt für euch mal in Hogwarts Legacy reingegangen und wir gehen jetzt mal zum Beispiel auf M. Gehen auf Talente und wir sehen jetzt, ich habe 30 Talentpunkte zum Beispiel. Ich habe jetzt ingame hier bei meinem Mod-Menü, welches ich euch jetzt mal rechts oben in die Ecke gezogen habe, sieht man, habe ich 30 Punkte. Jetzt möchte ich aber 36 haben. Jetzt gehe ich hier, wird es natürlich nicht aktualisiert. Wenn ich jetzt aber mal hier auf einen Talentbaum gehe und mir ihn kaufe, wird es direkt aktualisiert zu den 36. Ganz easy. Wenn ihr jetzt, wie ihr seht, hier die ganze Zeit aktualisiert, ändert sich diese Zahl auch nicht mehr. Könnt ihr also ganz einfach einstellen. Natürlich haben wir nicht nur diese Option, sondern wir können ja natürlich noch mehr einstellen. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Wir können jetzt zum Beispiel uns mal einen Gegner suchen. Und wenn ich beim Gegner bin, können wir den mal angreifen und können den zum Beispiel unter anderem Watchot machen, was halt so ein typisches Mod-Menü kann. Ich bin jetzt in einem Fight drin. Und jetzt gehen wir einfach mal hier und suchen uns natürlich einen Treffer. Tötet zum Beispiel. Machen das an. Oder können natürlich auch einen Schaden-Multiplikator hinzufügen. Das ist eigentlich relativ offen. Wenn wir jetzt zurückgehen, muss ich mich natürlich einmal befreien. Ups. Ihr seht, direkt tot. Gut, keine Chance. Auch keine Chance. Also, ihr könnt so typische Sachen, halt wie in einem Mod-Menü es halt üblich ist, einstellen. Wir gehen natürlich jetzt hier nochmal zu den nächsten. Und auch die sind direkt tot, Leute. Ich habe mich jetzt mal noch Hogsmeade begeben. Und was macht man natürlich in Hogsmeade? Man kauft sich Items. Und die sollen natürlich nichts kosten. Deswegen aktiviere ich das einfach in dem Mod-Menü. Dann könnt ihr zum Beispiel auch unbegrenzte Gegenstands-Nutzung machen. Heißt, ihr macht einmal eine Potion und die könnt ihr immer benutzen, diesen Trank. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal zu ihm hingehen und ich habe jetzt dieses Alles-Kostet-Nichts aktiviert, dann seht ihr, kostet es wirklich nichts. Ihr könnt euch da einfach durchkaufen. Natürlich gilt das auch hier unten bei den Tränken. Ist halt ein geiles Mod-Menü. So, Leute. Das war es von diesem Video. Ich freue mich, dass ich euch mal Wiimod vorstellen konnte. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.